Hallo, heute stellen wir euch unsere Forderungen für eine moderne Arbeitswelt vor. Eine moderne Arbeitswelt bedeutet für uns, die junge Generation, folgendes. Weiterbildung muss auch während der Arbeitszeit möglich sein. Deshalb eine Woche bezahlte Fortbildungsfreistellung. Weg mit den unter- und unbezahlten Praktika. Diese müssen endlich der Vergangenheit angehören. Und All-In-Verträge sollen erst ab 7.000 Euro brutto möglich sein. Eine moderne Arbeitswelt klingt gut, ist aber machbar. Um das geht's. Just do it right, do it right. Just do it right, do it right. Just do it right. Outro